Ah, das ist wie in einem Hühnenstock, es summt und schwirrt und ganz viele Leute sind zusammen und aktiv und schwirren aus und kommen wieder zurück und bringen was mit und man tauscht sich aus und ist manchmal ein bisschen sprachlos, stehe ich dabei und höre einfach nur zu und denke, ah, stimmt.